Einen wunderschönen guten Tag, wir sind hier bei der Battlefield 4 Beta, ich bin nicht alleine, mit mir ist mein Freund und Kollege, der Alex. Dankeschön, sehr geschätzter Kollege, Mr. Christoph. Sehr geschätzter Kollege, natürlich. Wir spielen Battlefield 4 Beta, wie man schwer und schwer ist. Wie man unschwer erkennen kann. Wir haben uns gedacht, da jetzt die Beta draußen ist, wir gerade Zeit haben, Lust haben, nicht ums Bestes einhalten, machen wir jetzt mal das, kommentieren dazu ein bisschen, sagen wir mal so, wie es im Moment alles steht und gucken, dass wir nicht ganz so sehr verkacken. Und ja, was soll ich jetzt sagen, du machst einen Anfang? Warum? Ja, warum, du darfst einen Anfang machen? Ich bin schon hierher. Ja, ich bin schon hierher. Also, ich habe einen Spaden. Das können die hier drehen, ja. Ich habe hier entschlossen, ich will Rockommameister werden. Ganz richtig, ja. Da meckern sie immer alle und meinen, ich bin voll der Lappen, weil ich in meinem Alter noch Rockommameister werden will. Aber ich bin ja scheiß drauf, du hast ein Ziel. Nichts kann ich aufhalten. Böse Rockommameister. Damit es auch extra in 3DS ist. Damit ich in der neuen Generation auch Rockommameister werden kann. Und wie gesagt, ich lasse mich nicht aufhalten, ich gebe mein Bestes. Heizt nicht aus, schuhe, schuhe, schuhe. Oh, ein paar Goals. Ja. Auch so ein Spruch. Ja, was können wir machen? Alles Schneider. Wie steht eigentlich bei denen mit der PS4? Wann holst du dir die? Genau, die gleiche Zeit für sie geht. Ja? Ja. Zu spät. Nein. Ja, dann werden wir auch gucken, dass wir uns so zündig, ähm, wenn wir jeweils von einem die Plattform aufnehmen, also zum Beispiel, will ich jetzt sagen, ja, ich hole mir eine PS4, oder eher, jo, ich hole mir eine Xbox One, was sehr unwahrscheinlich sein wird. Aber trotzdem wird es falsch, dass so sein werden sollte. Also, falls sowas kommen sollte, dann werden wir dort miteinander spielen und nicht alleine in der Welt. Ja, genau. Ich will jetzt wissen, ähm, wahrscheinlich hole ich mir die Xbox One, weil er ist so mehr Sender von uns beiden. Ich bin tolerant beiden Seiten gegenüber. Ich sag natürlich, dass es nicht macht nie mehr Spaß, als er sagt, Xbox und nichts anderes, der ist dann mehr so gerecht, dass man nicht mehr Toleranz halten kann. Und er ist dann mit dem Handbook. Ja, 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 ich schnettliche Schneider, so. Ich muss, muss ich sein, also wer ist denn, wer ist denn? Wer macht denn hier Propaganda und rennen mit dem ich, mit einer Xbox-Fahn und in der Schule rum, ne? Wer macht sowas? Genau, du! Ja, 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 ja. Ich bin ja sicher. Du kommst, will hier rüber! Das war's denn Zwerg, ne? Ja, aber was soll man sagen, die Beta haben mir gefühlt sehr schön sind, ja, gefällt mir sehr, äh, wir spielen Domination, damit ihr wenigstens, äh, ein bisschen kahlen Grafikbäder siehst, weil bei Townsend ist ja sowas nicht anders wie Kärnfacht, also riesige Maps natürlich, ähm, ich hab's super nicht mehr aufgarden, sondern Farben, oder so, und das Einzige, was da Farbe hat, wie Bogen, der Rest ist so ne graue Eierschalen, ich hab, oder so, da wollen wir gar nicht, aber nicht das Spiel, ähm, wir gehen. Was hältst du eigentlich von Kärnfacht? Kärnfacht? Ähm, je nachdem, also das ist immer so ne gleichzeitig lange, wo, offen, weil irgendwann, heimt jeder mal so aus wenigsten Basis um, weil... Ich halte nicht viel vom Cam-Han, deswegen wollte ich dich fragen, was du machst, wenn ich jetzt mit dem Gamepad greife mich und davon verstehe ich. Du warst doch schon echt lange ins Campe. Ja komm, Alter, wenn man mal auf dem Dach ist. Ja. Normalerweise könnte ja fast jeder immer drauf. Und immer mal... Und immer mal... Fertfari, ne? Ja, ja. Fertfari, ne? So. Nein! Nein! Blub! Wir brauchen noch ein Boot. Okay. A-Bot! A-Bot! Ich habe noch ein A-Bot! Ich stehe mich leider durch. Ich stehe mich leider durch. Nein! Ich stehe! Nein! Nein! Ich habe mich umgebracht. Ah, ich bin so gut. Ich konnte mit mir trauern. Nein! Ich konnte mit mir nachgeschauten. Niedern sie auch. Niedern sie auch. Niedern sie auch. Niedern sie auch! Niedern sie auch! Ah, ich mag jetzt nicht mehr nachgeschütteln. nach 4 und da war abababab ich hab die Brücke noch also da wir nehmen die Bäder einfach so auf, er will also nicht die Pfade wieder zu sein er will hier die Spiele mit dem Kölner ...unziele schlechter wird und sowas. Das ist richtig Gay-Scheid, also. Vorsichtig Adoption zu sagen... ...ne, ich spiel keinen Battlefield, weil es zu real ist. ALTER! Stopp hier! Ich spiel Konno-Typi und spiel auch keine Battlefield... ...aber halt nicht das Neue. Und jetzt meckerst er sofort drum, wie so intolerantische Scheiße. Ich spiel den Weg in Deutschland. Ich spiel den Weg in Deutschland. Ich spiel den Weg in Deutschland. Alter, du bist der Einzige, der die ganze Zeit immer mit so einer Nazi-Klappe in die Hände. Was? Ich dachte, du kannst ja die Deutschland fahren. Du hast immer noch Reichstag und nicht Bundestag. Oder nicht. Alter, man sagt ja, Bruder, der dachte echt noch... ...der dachte echt noch vor ein paar Monaten an Reichstag. Ohne Scheiße. Warum gibt's ihn nicht mehr? Was für den Reichstag... ...und was für den Reichstag... ...und was soll ich denn sonst zahlen? Ja, natürlich. 100 Reichstag. Ja... Was soll ich denn sonst zahlen? Alter, den seh ich dann auch nicht wegen der Scheiß-Klappe. Ja, nachgaben. Siehst du? Ich geb ihm Tipps. Dann beleide ich mich. Ich hab keine Lust mehr! Nochmal! Ja! Oh mein Gott, das ist ein Schildesmann. Was ist denn von mir abgekommen? Lüge! Das ist eine Lüge! Glaubt mir! Glaubt ihm nicht! Folgt mir! Wir sind das Volk, Leute! Ich würde euch zunächst retten, aber... Was? Bin ich der Meister? Nein, ich bin der Meister. Ich weiß nicht. Oosa! Huuuui! Huuui! Nein, hier möchte ich nicht mehr reden! Ich hab den Rest gescheißig kleine Mann! Das hatte ich die! Wisse, ich hab sie weggelegt! Ich hab mich töten lassen, weil sie damit wieder fern sind. Weil... Ich hab einfach gesehen, die haben einfach keine Chance zu zahlen. Die ich den One-Hit bekommen. Ich hab ja keine Chance. Ich hab das... Nein! Ich würd ihr bitte mal in die Kommentare schreiben, dass ich nicht mehr mit Christoph reden werde und immer das zu ihm sage, was... ... 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